Reisebüro Wow, so kalt! Sind Sie auch so urlaubsreif wie ich? Ab ins Reisebüro! Mein Name ist Andreas Kühner. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen im Lufthansa City Center Reisebüro Groß im Herzen von Heilbronn in der Kaiserstraße. Wir sind ein Familienunternehmen seit nunmehr 90 Jahren und mein Urgroßvater Friedrich Groß, er besaß den ersten Omnibus im Landkreis Heilbronn und mit diesem Busse führte er Heilbronner Gäste auf den Wappberg oder auch in den Meinharder Wald. Heute fahren unsere 30 Omnibusse durch ganz Europa, in den Norden, ans Nordkap, nach Sizilien oder auch in den Westen, nach Irland oder in den Osten, ins Baltikum. Aber nicht nur Omnibusreisen sind unser Metier, sondern wir haben zwei wunderschöne Reisebüros mit einem ganz erfahrenen, motivierten Team. Sollen Sie noch den perfekten Traumurlaub für dieses Jahr? Wir haben wunderschöne Ideen zusammengestellt. Wie wäre es denn mit? Eine Kreuzfahrt. Wir buchen alle Schiffe für Sie. Eine Busreise in die schönsten Städte Europas. Einen paradiesischen Aufenthalt auf dem Malediten. Musicals, Star Trek oder Allianz Arena, unsere Tagesfahrten, sind wie ein kleiner Urlaub zwischendurch. Einer unserer Busrundreisen auf den schönsten Strecken Europas. Oder fliegen Sie mit unseren begleiteten Kumpflugreisen in die weite Welt, zum Beispiel nach China. quarter- ży honeyome. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.